TikTok, das ist doch nur wieder diese tanzende App mit den Teenagern, wo die alle rumhampeln. Klar ist das TikTok, aber ich glaube, hier hast du gerade etwas verpasst. Denn immer da, wo Teenager sind, kommt der Trend. Das war bei Instagram so und das ist jetzt bei TikTok so. Hast du als Unternehmer oder Unternehmerin den Trend bei TikTok womöglich schon verpasst? Denn bereits über 52% der User sind über 30% auf TikTok. Deine Chance, um natürlich Kunden zu gewinnen. Kunden gewinnt kannst du super easy mit Social Media. Und wo hast du im Moment die größte Reichweite? Natürlich über Reels, über TikTok, über Videocontent. Dieser Trend ist absolut nichts nur für Teenies. Und viele der jetzigen Creator verdienen schon eine ganz schöne Stange Geld. Und wo steckst jetzt du? Ich bin schon seit über zwei Jahren auf TikTok mit TikTok fürs Business und hatte schon den ersten Online-Kurs TikTok für Selbstständige. Nun zeige ich dir gerne, wie du mit Hochformat-Videos Kunden gewinnst. Mit Kurzvideos, die wirklich Spaß machen und die sogar viral gehen können. Auf TikTok warten definitiv neue Kunden auf dich und ein ganz, ganz neuer Markt, der völlig anders tickt, als du es jemals vorgestellt hast. Ich bringe auch du jetzt auf den Trend noch mit drauf. Wann erstellst du dein erstes Hochformat-Video auf TikTok, auf Reels, auf YouTube-Shorts oder auf Pinterest-ID-Pins? Es gibt so viele Möglichkeiten, tausende Kunden zu begeistern, mit einem einzigen Video schon viral zu gehen. Und all das und wie es geht, erzähle ich dir in meinem neuen Online-Kurs. Fahre mehr in meinem Blog und dann sehen wir uns gleich in meinem Online-Kurs. Sei ein Leuchtturm, kein Teelicht.